Ich bin Berit, ich bin zu dem Kurs gekommen, weil ich von Frau Dr. Niederkirchen dazu eingeladen und viel von ihr erzählt bekommen habe. Und ich habe mich sehr darüber gefreut und hatte keine großen Erwartungen, sondern war total gespannt auf die Erfahrungen, die ich hier machen werde und auf die neuen Sachen, die ich hier kennenlernen darf. Und genau das hat sich auch erfüllt. Wir haben hier ganz viele neue Werkzeuge, Handhabung und Mechanismen oder so in die Hand bekommen, um mit unserem Leben nochmal anders umzugehen, mit Problemen nochmal anders umzugehen und ganz viele Lebensbereiche von uns eigentlich nochmal anders zu beleuchten. Und ja, also der Kurs ist ganz spannend, er ist lustig, er gibt, glaube ich, jedem Teilnehmer viel mit, geht aber auch gut an die Substanz und man muss viel auch an sich arbeiten. Also er ist schon auch eine Herausforderung.